Die Autokamera verfügt über zwei Objektive und kann daher auch den Innenraum des Autos aufzeichnen. Das untere Objektiv lässt sich flexibel ausrichten. Über diverse Tasten lässt sich das Gerät einfach bedienen. Verbinden Sie die KFZ-Kamera mit der Halterung. Nun können Sie die Autokamera an der Windschutzscheibe befestigen. Sie sehen nun ein Beispielvideo der Kamera. Es ist auch möglich nur ein Kamerasignal aufzunehmen. Erwerben Sie diese und andere Autokameras auf www.alarm.de.